Hallo ihr Lieben! Hallo! Willkommen an Würfel und Zucker. Heute zeigen wir euch Orléans. Das ist gar nicht mal so neu. Nein, aber es ist immer noch ganz toll. Wir mögen das beide extrem gerne, obwohl mich die Optik gerade mal nicht so anspricht. Ich habe mich einfach mittlerweile daran gewöhnt. Das ist nicht meine Lieblingsoptik, aber ich habe das schon so oft gespielt. Ich sehe das gar nicht mehr. Ich könnte es mir anders nicht mehr vorstellen. Echt? Ja. Okay, also ich finde tatsächlich nicht nur diese Optik nicht so super ansprechend, sondern auch die Optik des Gesamtspieles geht so. Und wenn wir es Menschen zeigen, dann sage ich auch immer dazu, bitte lasst euch von der Optik nicht abschrecken. Dieses Spiel ist grandios, großartig, wunderbar. Ihr werdet es lieben. Und meistens, also fast immer, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es jemals jemandem empfohlen habe und der mochte es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Grundsätzlich muss man dazu sagen, wir empfehlen es nur Leuten, die schon Spielerfahrung haben, denn es ist eindeutig ein gehobenes Kennerspiel. Definitiv. Es passiert auch viel auf diesem Spielplan und wir konnten gar nicht alles aufbauen auf unserem Tisch. Ja. Denn dieses hier ist tatsächlich nur das Spielmaterial für eine Person. Natürlich hätte ich als Spieler auch ein solches Tableau vor mir liegen. Genau. Außerdem wird man im Laufe des Spiels noch weitere Plättchen nach und nach bei sich auslegen. Also man braucht eine Menge Platz für dieses Spiel. Genau. Dieser Teil und dieser Teil spielen immer mit. Und wie gesagt, hier fehlt ein zweites Tableau auf jeden Fall. So kann Mirko nicht mit mir spielen. Nö, ich tue so als ob. Ja. Was machen wir? Wir breiten uns von Orléans aus und sammeln Siegpunkte. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten für. Es gibt Güter, die wir sammeln können, die Siegpunkte wert sind, je nachdem welche es sind. Geld ist am Ende wirklich Siegpunkte wert. Man startet schon mit fünf, weil man es nicht verlieren kann. Und wir wollen Handelskontore errichten und Bürger auf unsere Seite ziehen. Das sind so Marker, die wir sammeln. Und am Ende multipliziert man die Anzahl der Sternchen, die man auf dieser Leiste geschafft hat, mit der Anzahl Handelskontore plus Bürger. Da hat man hier so eine glitzekleine Übersicht. Die ist auch auf dem Spielplan abgemeldet. Und naja, spätestens am ersten Mal weiß man genau, worauf man achten muss bei diesem Spiel. Es gibt echt viele Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen und auch zu gewinnen. Ich habe schon jemand gesehen, der hat einfach alles komplett außer Acht gelassen und sich komplett auf Geld gestürzt. Und das geht. Es gibt unterschiedlichsten Wege. Deswegen hat es einen sehr, sehr hohen Wiederspielwert. Am Anfang einer Runde wird erstmal so ein Plättchen aufgedeckt, was Mirko da gerade gemacht hat. Dementsprechend sehen wir auch, wie viele Runden wir spielen werden. 18 Stück sind es im Grundspiel. Und jedes Mal ist es auch gleichzeitig ein Ereignis, das für diese Runde gilt oder eventuell am Ende der Runde abgearbeitet wird. In dem Fall ist es ein passives Ereignis, dass wir eine bestimmte Aktion nicht machen dürfen. Man kennt sie irgendwann. Es gibt von jeder Art Ereignis drei Stück. Manche sind positiv, manche sind negativ. Genau. Man muss nämlich unter anderem Geld verlieren und im schlimmsten Fall sogar Arbeiter. Genau. Apropos Arbeiter. Wir haben welche. Und zwar haben wir die in unserem Säckchen. Und dazu muss ich auch gleich sagen, wir haben das Upgrade-Kit. Das heißt, unsere Figuren sind alle super niedliche Teile, so mit Holz beklebt, so kleine Figuren. Also hier zum Beispiel ist ein Geistlicher. Nee, ein Gelehrter. Entschuldigung. Ein Gelehrter. Genau. Der ist grau. Und normalerweise im Standardspiel sind es kleine, runde Plättchen. Die sehen quasi exakt so aus wie hier. Also da wäre statt diesem Männchen wäre ein kleines Pappplättchen, das so aussieht. Ganz genau. Dieses Upgrade-Kit ist das Offizielle von DLP-Games, wo das Spiel auch erschienen ist. Also das kann man da dann auch kaufen. Diese Pappplättchen haben das Problem, dass sie sich, wenn man es wirklich sehr häufig spielt, irgendwann abreiben und dann nicht mehr so gut zu erkennen sind. Am Anfang des Spieles haben wir jeder schon mal vier Leute in unserem Säckchen. Und es sind bei jedem die gleichen. Also wir haben einen weißen, einen braunen, einen schwarzen, einen blauen. Und ganz wichtig ist, dass die hier so Farbmarkierungen haben. Wie ihr seht, bei Mirko sind sie untenrum rot und bei mir sind sie untenrum blau. Genau. Bei den weißen Plättchen sieht man es gar nicht. Denn die Farbe des Männchens an sich hat nichts mit der Spielerfarbe zu tun. Ich bin Spieler rot, Wilke ist Spieler blau. Und wir können aber, auch ich darf blaue Männchen sammeln, denn sie werden für unterschiedliche Aktionen eingesetzt. Aber diese vier Standardmännchen sind wichtig im Spiel, denn man wird sie nicht los. Das kann sehr wichtig sein. Also weder, wenn man möchte, noch wenn man müsste. Genau. Im Laufe des Spiels werden wir mehr Männchen dazubekommen. Das sind die Männchen, die dort stehen. Die können wir quasi anwerben und die kommen dauernd auch in unser Säckchen. Genau. Das ist ein sogenannter Backbuilder oder im Deutschen, ich weiß nicht, Sackbauspiel. Und zwar ziehen wir nämlich jede Runde Arbeiter aus unserem Sack. Und wir können uns welche dazukaufen, damit wir vielleicht eine bestimmte Farbe häufiger ziehen oder wahrscheinlicher. Denn je nachdem, welche Farben man hat, kann man unterschiedliche Aktionen triggern. Wie viele Männchen wir aus unserem Säckchen ziehen dürfen, steht auf dieser roten Leiste. Wir beginnen alle mit, wir dürfen vier Leute aus unserem Säckchen ziehen. Was ja ganz passend ist, weil wir haben nur vier. Also erste Runde, super simpel, alle vier Leute rausziehen. Und dann können wir die erstmal hier unten platzieren und uns überlegen, was wir denn da wohl mit anstellen können. Genau. Das passiert quasi gleichzeitig. Wir wären jetzt hier schon in Phase 3. Wir ziehen Personen und können dann diese Personen auch für unsere Aktionen einsetzen. Genau. Dieses Einsetzen auf dem Plan machen auch alle zeitgleich. Und dabei ist es ganz wichtig, nämlich dieses Spiel sieht vor, dass du sehen kannst, was die anderen machen. Es gibt so richtig crazy Leute, die spielen das, glaube ich, mit Sichtschirmen, ne? Es gibt Leute, die spielen das mit Sichtschirmen oder mit Hausregeln. Da gibt es unterschiedliche Sachen. Ich sage immer so, ich gucke nicht ganz so sehr bei dem anderen hin, weil das kann sich hinauszögern. Sonst muss man irgendwann wirklich sagen, okay, der Startspieler muss zuerst setzen, dann der Nächste, dann der Nächste, dann der Nächste. Genau. Ich kann jetzt diese vier Männchen bei mir auf diesem Plan verteilen und darf die Männchen aber immer nur dort einsetzen, wo sie auch farblich passen. Also dieses weiße Männchen könnte ich jetzt hier einsetzen oder hier oder hier oder hier oder hier oder hier. Da muss ich mich entscheiden. Und ich glaube, ich würde am Anfang würde ich einfach mal das so machen. Und dieser braune, der kann auch noch irgendwo hin. Ich glaube, den tue ich mal einfach mal hier hin. Das ist schon alles. Ich hätte sie natürlich auch vollkommen anders anordnen können. Ich hätte das zum Beispiel auch so machen können und den Schwarzen zum Beispiel da lassen. Warum will ich überhaupt alle so auf einen Haufen platzieren? Wozu ist das wichtig? Alles, was hier so zusammengebunden ist, ist eine Aktion, die du nur dann ausführen darfst, wenn auch alle Felder dieser Aktion besetzt sind. Also Lücke würde also mit diesen drei Männchen hier die Burgaktion gleich ausführen dürfen. Der Handwerker ist zwar im Bauernhaus, aber erst wenn auch der Fischer dort ist, kann man dieses Bauernhaus als Aktion ausführen. Sie kann den aber jetzt schon mal hinlegen für später. Genau. Richtig. Wenn alle Leute sich entschieden haben, wo sie ihre Männchen platzieren werden, sind wir tatsächlich nacheinander reihum dran und können immer genau eine Aktion von diesem Pablo ausführen. In der ersten Runde relativ simpel, weil es gibt nur eine, die wir machen können. Das geht auch allen gleich so, beziehungsweise es geht allen gleich so. Es können alle nur eine Aktion machen und dann ist halt fertig. Ich würde also zum Beispiel sagen, ich gehe mit diesen drei Männchen in die Burg. Wenn ich mit diesen drei Männchen in die Burg gehe, dann tue ich sie wieder zurück in meinen Beutel und ich mache die Burgaktion. Genau. Hier ist immer abgebildet, was das bedeutet. In dem Fall würde sie ein neues, rotes Männchen bekommen. Das hatten wir noch gar nicht. Das ist ein Ritter. Und immer, wenn man ein Männchen von einer dieser Leisten nimmt, geht man mit seinem Marker ein Feld auf dieser Leiste vor. Und je nachdem, auf welcher Leiste ich mich befinde, hat das unterschiedliche Auswirkungen. Die Ritterleiste erhöht die Anzahl Männchen, die ich jede Runde aus dem Sack ziehen darf. Genau. Ich darf jetzt also in der nächsten Runde fünf Männchen aus dem Sack ziehen, theoretisch. Habe aber nur vier drin, weil mein Bauer ja da schon rumliegt. Genau. Ich hätte jetzt zum Beispiel, wenn ich das Dorf genommen hätte, könnte ich mir aussuchen, ob ich den Fischer, den Handwerker oder einen Baumeister nehme. Da muss ich mich entscheiden. Und wie wir schon gesagt haben, hat jede Leiste unterschiedliche Auswirkungen. Wir können sie ja mal durchgehen. Richtig. Der Bauer gibt mir sofort eine Ressource, nämlich die oben abgebildete. Die nehme ich mir von hier, wenn sie denn vorhanden ist. Beim Spielaufbau haben wir hier Spielerzahl entsprechend Waren ausgelegt und übrige Waren hier hingelegt. Das wird abgezählt, je nach Spieleranzahl. Und es ist nicht automatisch so, dass hier immer gleich viele jeder Sorte liegen. Es kann auch sein, dass wenn hier super viel Käse liegt, dass hier dann nur noch sehr wenig liegt. Ich kriege diese Waren, die sind Punkte wert und ich brauche sie auch manchmal als Abgabe für den König. Außerdem ist diese Bauernleiste auch noch am Anfang der Runde wichtig. Da gibt es nämlich eine Phase, in der der am weitesten vorne ist. Eine Münze von demjenigen kriegt quasi, der am weitesten hinten ist. Wenn also einer die ganze Zeit auf die Bauern geht, dann nervt sich der, der hinten bleibt. Der Handwerker, wenn ich den nehme, dann bekomme ich ein Zahnrad. Zahnrad, das ist ein extra Plättchen und das hat es in sich. Damit kann man nämlich so seine Engine ein bisschen aufbauen. Am Ende dieser Runde darf man dieses Zahnrad nämlich auf sein Tableau setzen. Mit dem ersten Zahnrad, das darf nur auf ein Bauernfeld gelegt werden. Und dann hat man dieses Feld quasi für den Rest des Spiels besetzt. Also man kann es... Quasi so eine Erforschung Technologie. Es ist wie eine Technologie und ab sofort ist die Aktion quasi günstiger. Sie brauchen jetzt immer nur noch zwei Männchen, um das zu triggern, weil das Weiße ist ja automatisch immer da. Damit kann man sich ein bisschen festlegen, das will ich jetzt ganz oft machen. Also baue ich das Zahnrad dahin. Jeder weitere Schritt gibt dir ein weiteres Zahnrad, die du dann auch frei einsetzen kannst. Es gibt nur die Regel. Es muss immer mindestens ein Feld frei bleiben, auf das ich was setzen darf. Und die dürfen nicht auf Mönchsfelder gesetzt werden. Das wären diese gelben. Warum das so ist, zeige ich noch. Mit dem Schwarzen kommt was richtig crazy. Eine richtig crazy Aktion. Wenn ich mir einen Baumeister nehme, dann darf ich ein Bauwerk bauen und da haben wir diese Plättchen. Und immer wenn ich das mache, darf ich mir entweder Stufe 1 oder später immer Stufe 1 oder Stufe 2 Plättchen in mein Königreich legen. Und ich habe die komplett freie Wahl aus diesem Plättchen und jedes ist einzigartig. Und das heißt, ich kann mir jetzt eine Aktion dazu kaufen. Dann habe ich ein neues Feld, das irgendwie eine neue Sache macht, das kein anderer Spieler dann hat. Und das ist einer der Gründe, warum das Spiel so einen hohen Wiederspielwert hat. Hier gibt es dann Strategien wie ich mache mir einfach die Waren so oder ich bewege mich auf Leisten vorwärts. Ich kriege einfach Geld, was ja auch Punkte wert ist. Das wird klar. Oder ich mache den Fischer zu einem speziellen Joker. Hier dürfte zum Beispiel der Blaue auch immer auf dem Feld von Braun, Schwarz oder Weiß gesetzt werden. Die Zweier sind sogar noch stärker. Die können dann irgendwie mehr machen, brauchen aber halt auch immer irgendwelche Arbeiter speziell. Oder manche sind wie diese Joker Felder quasi passiv. Jeder Gelehrte kann jetzt alle anderen Farben ersetzen. Das macht richtig Laune und es gibt auch vorgestritten Regeln, wo man dann vorher ein paar aussortiert, bis es quasi draftet, welche mitspielen. Bei Blau gibt es Geld. Ich nehme einfach so viele Münzen, wie hier steht. Und jetzt kommen wir schon zum ersten Bürger. Der Erste, der dieses Feld betritt, kriegt diesen Bürger. Der ist ja wichtig am Ende, weil er Siegpunkte wert ist. Und wenn weg, dann weg. Und wenn weg, dann weg. Genau, das Gleiche ist hier. Hier gibt es einen Schritt, der den Bürger gibt. Und der letzte Schritt lässt sich die maximalen acht Plättchen ziehen. Die Gelehrtenleiste ist auch für Siegpunkte schon ganz wichtig, denn wenn du vorgehst, dann hast du hier Bücher abgebildet. Und ein Buch bedeutet immer, dass du so viele Schritte auf dieser Gelehrtenleiste vorgehst. Auch hier gibt es immer mal wieder Bürger, die man dann einsammelt, wenn man der Erste ist. Oder Geld, wenn man dieses Feld betritt. Das kriegt dann aber jeder. Das kriegt jeder, genau. Und diese Sterne, Sternchen. Diese Sternchen sind wichtig für die Siegpunkteermittlung am Ende und auch häufig wichtig für die Ereignisse. Denn das eine oder andere Ereignis sagt, du kriegst jetzt Geld, abhängig davon, welchen Stern du schon erreicht hast. Genau. Dabei gilt immer, dass du den überstritten haben musst. Das heißt, es ist vollkommen egal, ob du auf diesem Feld bist oder diesen, 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 diesen. Genau. Interessant wird dann erst wieder, wenn du dieses Feld erreicht hast. Ganz genau. Diese Bücher, die hier abgebildet sind, reichen übrigens nicht aus, um das Ende zu erreichen. Denn dein Marker geht nämlich immer genau ein Feld vor, wenn du eine entsprechende Person kaufst. Und wenn sie vorne ist, dann darfst du auch gar keinen haben. Also, wenn du jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Gelehrten dir im Spiel geholt hast, kannst du dir keinen weiteren holen, weil dein Marker sich nicht mehr bewegen kann. Außerdem sind die so abgezählt, dass nicht für jeden Spieler genug im Spiel sind. Das heißt, da muss man auch schneller sein, wenn man viel davon haben möchte. Damit man auf der Leiste aber auch anderweitig vor kann, gibt es Aktionen, die so Bücher zeigen. Da hat jeder eine drauf und in Gebäuden gibt es auch weitere. Genau. Und dann haben wir hier in diesem Bereich quasi, ich hole mir neue Leute. Erst wenn ich einen Gelehrten habe, der nicht zu meinen Staatmännchen gehört, kann ich diese Aktion das Kloster triggern, wodurch ich einen Mönch bekomme. Und der Mönch ist ein Joker, den darf ich auf jedes andere Feld setzen. Also sehr stark. Was man dann auch machen möchte, ist, das geht aber erst, wenn man einen Ritter hat, nämlich um seine Kolonne zu schützen. Ich könnte jetzt in der nächsten Runde, könnte ich jetzt nämlich schon ganz schön, weil ich das schon so vorbereitet habe, könnte ich nämlich folgendes machen. Ich könnte hier weiß, schwarz, rot einsetzen und hier noch den blauen dazu. Da habe ich schon zwei Aktionen. Genau. Und wenn sie gleich diese Aktionen triggert, sagt jene Aktion, dass sie sich über den Landweg bewegen darf. Wir haben nämlich alle einen Kaufmann in Orléans und Silke dürfte ihn jetzt über eine Straße bewegen. Es gibt zwei verschiedene Aktionen, entweder per Schiff über den Kanal oder per Wagen über die Straße. Genau. Ich könnte jetzt also sagen, ich triggere diese Aktion, darf meinen Wagen bewegen und würde mit dem Wagen hierhin fahren. Warum macht sie das? Sie darf nämlich das Plättchen, das dort liegt, unterwegs einsammeln. Das ist sogar das Best-, quasi das wertvollste, ist nämlich fünf Punkte wert am Ende des Spiels. Wenn ich es dann noch habe. Wenn du es dann noch hast. Es gibt nämlich Aktionen im eigenen Stapel, die sagen, dass jeder eine Ware abgeben muss, sonst fünf Geld verlieren. Auch die sind begrenzt, man zieht nicht nach. Also es ist so ein bisschen so, jetzt bist du da. Wir dürfen zwar in derselben Stadt stehen, aber mit einer unserer Aktionen auf dem Feld bauen wir ein Gildenhaus in der Stadt, wo gerade unser Kaufmann steht und ein Gildenhaus darf es nur eins pro Stadt geben. Außer in Orléans selber. Außer in Orléans, der Staat, dem Startort selber. Genau. Diese Häuser sind auch wieder wichtig für die Punktzahl am Ende und werden manchmal bei Aktionen abgefragt. Genau. Genau. Und die letzte Aktion, die wir noch haben, wäre das Rathaus. Da darf man irgendwelche Männchen hinstellen, aber die schickt man dann in die Politik. Die arbeiten dann nicht mehr in deinem Königreich, sondern in deinem Hof, sondern die werden auf dieses Tableau eingesetzt. Und das sind die segensreichen Werke. Genau. Segensreiche Werke. Segensreiche Werke. Und da setzt du ein Männchen ein auf das entsprechende Feld. Achtung, hierbei können Mönche nur auf Mönchsfelder gesetzt werden und du kriegst das Abgebildete, was hier ist. Zum Beispiel Münzen oder einen Schritt auf der geleerten Leiste. Wichtig dabei ist, dass man die Ursprungsmännchen, die alle den entsprechend farbigen Fuß haben, genau nicht dorthin setzen darf. Ja, das heißt, die wirst du niemals im Spiel verlieren. Man schickt seine Männchen da nicht nur hin, weil man vielleicht den Bonus haben will. Wenn man der Letzte einer Formation ist, der das hinlegt. Die Reihenfolge ist übrigens egal, wie sie da hinkommen. Wenn du das letzte Männchen setzt, kriegst du auch einen Burger für die Punkte am Ende des Spiels. Und man will ja auch seinen Deck so ein bisschen optimieren. Ich nenne es immer Deck. Also das, was ich im Sack habe, ist, vielleicht kaufe ich mir die ganze Zeit Bauern, weil ich hier vor möchte, weil ich die Ressourcen sammle. Aber dann ziehe ich immer nur weiße und brauche sie gar nicht mehr. Deswegen schicke ich sie dann in die Politik. Genau. Ja. Das war im Prinzip schon das ganze Spiel. Das Einzige, was jetzt noch gesagt werden sollte, ist, dass derjenige, der am Ende die meisten Häuser hier gebaut hat, auf jeden Fall auch noch diesen Bürger dazu bekommt. Der hatte übrigens keinen Platz, denn den lege ich immer einfach irgendwo mit. Genau. Das liegt aber nur daran, dass wir eine sehr alte Version des Spiels haben. In den neueren Auflagen, die auch alle schon so erhältlich sind, sind ein paar Dinge mehr abgedruckt. Ja, okay. Also minimal. Der Platz für noch einen Stern und so weiter. Genau. Und was auch noch wichtig ist, ist... Habe ich vergessen. Das Geld ist gar nicht mal so unwichtig. Nicht nur, dass es ein Punkt ist pro Münze, sondern es gibt, wenn du so ein Ereignis nicht bezahlen kannst. Ja, manchmal heißt es hier, gib entweder sowas ab oder verliere fünf Geld. Und wenn du das nicht kannst, dann passieren dir sehr, sehr schlimme Dinge. Und die schlimmen Dinge sagen, dass du dann entweder auf der Leiste zurückgehst oder richtig fies, dass einer deiner Leute stirbt. Da musst du nämlich zufällig aus deinem Sack ein Männchen ziehen und das kommt zurück. Das ist die einzige Methode, wie hier vielleicht wieder Männchen landen. Genau. Und außerdem gibt es da auch noch die Pest, wo auf jeden Fall... Jeder zieht auf jeden Fall ein Männchen. Wenn du da deine Startmännchen ziehst, hast du Glück gehabt. Die sterben nämlich nicht. Die verlierst du nicht. Die sind immun gegen die Pest. Genau. So. Genau. Was ich eben noch sagen wollte, ist, dass wenn du irgendwann mal eine Aktion getriggert hast, also zum Beispiel so, und dann stelle ich wohl plötzlich fest, dass ich das entweder nicht mehr ausführen kann oder darf oder möchte, also weil ich mich entweder umentscheide oder aber, weil zum Beispiel keine Männchen mehr da sind. Also wenn keine Männchen mehr hier im Vorrat stehen, dann kannst du diese Aktion auch nicht ausführen. Dann kannst du das jederzeit auch wieder zurückholen. Allerdings sind die, die hier sind, gelten quasi schon als gezogen. Das heißt, wenn du hier erst fünf ziehen darfst, dann darfst du halt, wenn zwei hier stehen, auch nur noch drei dazu ziehen. Also du kannst nie mehr in der Planungsphase haben, als du hier freigeschaltet hast. Das geht nur, indem du sie halt vorher hier irgendwo verteilst. Solange sie hier drin liegen, dann zählen sie auch nicht. Und jetzt könnte ich zum Beispiel tatsächlich noch fünf dazu ziehen, wenn ich auf fünf bin und könnte sie hier noch zusätzlich mit verteilen. Genau. Es ist auch gar keine doofe Strategie, am Ende des Spiels zu sagen, ach, ich brauche die gar nicht mehr, die blauen, ich packe die da jetzt. Damit du, damit die nicht mehr im Sack sind und du sie nicht immer wieder ziehst. Ja, wie Mirko schon am Anfang gesagt hat, es gibt halt wirklich extrem viele Strategien, hier in diesem Spiel sehr, sehr gut abzuschneiden und Punkte zu machen. Und ich bin, also ich bin ein sehr, sehr großer Fan von diesem Spiel, schon alleine im Grundspiel. Es gibt aber inzwischen auch noch zahlreiche Erweiterungen, die wir zum Teil hier haben, nicht alle davon. Also das Grundspiel ist schon mal für bis zu zwei bis vier Spieler spielbar. Und es gibt dann eine Erweiterung für den fünften Spieler. Es gibt Solo-Modi. Es gibt sehr gut übrigens einen kooperativen Modus, der ist fantastisch. Und auch extra Zweispieler-Varianten oder wo ein bisschen mehr Konfrontation ist, ein bisschen weniger. Also wirklich sehr viel, um das eh schon super gute, abwechslungsreiche Spiel noch zu modifizieren. Ist auf jeden Fall eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Und ich kann das im Grundspiel mit jemandem, der es auch beherrscht, inzwischen in 20 Minuten runterspielen. Richtig. Also zu zweit und beide können es zack, zack, zack. Ansonsten dauert es relativ lange mit dem Aufbau. Ihr habt ja gesehen, es ist viel da. Aber je häufiger man es macht, desto schneller wird man. Und wenn alle mithelfen, dann ist es auch auf jeden Fall schneller aufgebaut. Aber das kann ich schon verstehen, dass man da so manchmal so sagt, so ja, Ronde Orléans wäre noch cool, aber puh, der Aufbau. Ja, jetzt nochmal erstmal zehn Minuten spielen. Trotzdem habe ich es bei mir auf der Liste der zehn Spiele, die ich immer spielen würde, mit drauf. Ja. Weil es geht. Du kannst mich nachts um drei wecken und fragen, Ronde Orléans. Ich so, ja, sofort. Käffchen und ab geht's. Ja, ich habe es zwar nicht auf meiner Liste drauf, soweit ich weiß, aber ich habe mich geärgert, dass es nicht mit drauf war. Weil ich glaube, ich würde es eh nicht sehen. Ich habe ihr schon morgens um sieben im Laden gesessen und das immer noch gespielt. Ich erinnere mich. Ja, ich liebe dieses Spiel auch abgöttisch. Es ist ein ganz, ganz tolles, ausbalanciertes Spiel, was unfassbar viel Spaß macht, wo du auch tatsächlich viel lernst, wie bei anderen die Taktik so funktioniert. Da denkst du halt auch jedes Mal so, oh krass, das ist ja eine coole Kombo aus Orten, die du dir da gekauft hast. Oder voll die Taktik, dass du deinen Deck sehr, sehr früh ausgedünnt hast und dann halt immer genau weißt, was du ziehst und so. Ich habe bei einem Turnier mal gegen jemanden gespielt, der hat komplett nur durch Geld 105 Punkte gemacht. Das ist unfassbar. Aber der hat dann auch wirklich genau gewusst, was er tut. Also der hat das Spiel dann auch schon ein paar Mal gespielt. Ja. Es ist richtig cool, wenn man dann irgendwie eine Strategie sich ausdenkt und dann die spielt und es funktioniert. Ja. Das macht unglaublich Laune. Und weil nicht nur wir beide das Spiel so toll finden, sondern auch die meisten von euch oder die Leute, die bei uns im Laden sind, geben wir auch diesem Spiel ein Siegel. Natürlich. Unser ganz persönliches Siegel. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Top of the Woods Titel. Wo möchtest du es hinhaben? Ja, wo kleben wir es denn mal hin? Ich würde sagen, oh Gott, das ist ja alles sehr... Gar nicht so einfach. Das ist, bei dem ist es gar nicht so... Ich glaube, hier so auf den braunen, ja. Auf den braunen. Ich glaube, das ist am besten, ne? Kleben wir es mal da hin. Ja. Top of the Woods. Zurecht. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.